Hast du neue Tutorials? Nein. Was hast du denn so? Immer noch den gleichen Scheiß. Upgrade durchführen. So. Boah. 8000 G. Ich könnte nochmal. Hm. Alles in den Stock. Ich könnte nochmal, wenn ich genug Geld hätte. Was kann ich denn verkaufen? Man findet doch bestimmt Schrott, den man verkaufen kann. Verwertbares. Der recycelt werden kann. Guck's dir an. Kategorie verwerten. Was hier fehlt? Kleine Fliegen. Verwerten, 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 verwerten. Multiverkauf. Ich kann alles verkaufen hier. Endgeil. Grundlich oder reich. Aber das Taschentuch. Könnten wir doch der Fee geben. Äh. Auswahl verkaufen. Und das ist der Schlagstock. Ja, ich bin rich. Und das ist der Schlagstock. Ähm. Der Schlagstock ist die Pistole. Der Schlagstock ist alle Waffen. Boah, guck mal, da kommen noch richtige Kombos dazu. Bin schon stylish jetzt, oder? Mit der Brille. Zon. Eee... 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 I'm sure you all remember the attack on the Aegis Research Institute. The Bureau of Investigation has received information that could lead to capturing their most promising suspect. From the security camera footage they've provided, we've identified the suspect. It's her. Eee... Eee... And to all the damage, the suspect also stole several Legion cores from the lab. We don't know what she plans to do with them, but it's best that Neuron get involved. In case worse comes to worse. This case presents a great deal of unknowns. I'm counting on you to get to the bottom of things. The suspect was cited at Harmony Square. Head over there and see what information you can gather. Neuron! Move out! Neuron! L港-Nousel obra Was ist eigentlich, wenn ich jetzt Copyright Machen und Kapitel 1... Achne... Fortschritt dieses Kapitels wird zurückgesetzt, aber warten mal sett... Ich bin ja jetzt Kapitel 4. Warte, ich guck gleich noch mal beim Speichern, da steht das bestimmt. Wobei, dann wird alles zurückgesetzt, auch dass ich gegen den gekämpft habe und so, das ist nervig. Ne, das will ich nicht. Okay, wenn wir jetzt ins nächste Kapitel kommen, direkt die alten Kapitel spielen. Okay. Muss ich hier hin? Ah ne, von der Garage. Warum ist denn da kein gelbes Viereck? Soll das sonst auch immer. Mario Kart, Alter. Drive safe! Ruf! Bing, 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 bing! Ba-da-ba-ba-ba-da! Ba-ba-ba-ba! Alter! Und natürlich liegt hier überall Shit rum. Oh nö. Ich würde hier ewig hängen. Gib das auf. Wieso hebst du das nicht auf? Verzeihung, hätten Sie einen Moment? Wissen Sie, die Leute bei mir im Haus erzählen, dass mit unserem Müllcontainer komische Sachen passieren? Dass er sich von allein bewegt, in der Luft schwebt und so. Ich glaub das zwar nicht, aber nur zur Sicherheit entsorge ich meinen Müll im Moment hier. Ist ein ziemlich weiter Weg, aber man weiß ja nie. Das wird langsam anstrengend, also könnten Sie vielleicht mal danach sehen? Das wär nett. Spugemüll. Könnte Gerechtigkeit nicht ewig standhalten? Informatik. Hallo, fellow officer. Iris, shut down. Ich bin mit der Harmony Square Precinct. Und mein Name ist... Oh, es geht nicht. Es ist kein Zeitpunkt für solche Formalitäten. Großer Fall. Ich bin ein Mann, der, ich versuche euch, in einer heinesen Anti-Union-Aktivität, selbst als wir sprechen. Ich suche mich. Ich habe ihn hier, aber ich habe, dass ich ihn verloren habe. Ich suche mich. Du wirst? Oh, was Glück. Ja, ich bin nicht vor allem. Wir kommen, wir finden ihn in kein Zeitpunkt. Der Mann, der ich mitfahreste, ist eine orange Karte, und einen roten Hattel, ich bin sicher. excuses. Ich bin sicher. Okay. Ein Mann mit dieser Deskription. Oh, Officer! Ich liebe deine Schuhe! Wo hast du sie bekommen? Er hat ja gesagt, das ist ein Mann, ne? Oh, okay. Während du hier bist, was denkst du über diese Schuhe? Ich habe ein paar... Oof. Der Playboy. Oh, Officer! Nothing to worry about here. Now, I'm afraid I'm a bit engaged at the moment. So... Wanted! I'm not a criminal! I swear! It was just an impulse! Just a one-time thing. Oh, that's it! I'm ruined! Wait! Anti-Union-Activity? You mean Terrorism? I think you might be overselling it there a bit, don't you, Officer? I mean, er hat keinen Hut auf. Maybe I didn't think having an affair or three was illegal, to be honest. Ah, okay. Sowas sitzt hier also rum. Oh! Wie die Reputation dann hart runter geht, Alter. Der hat eine schwarze Mütze. Sagt Ark. Oh! Und er ist... Und er ist eine Frau. Okay. Und es du es. Ich hab bei dem einen nicht dran gedacht, dass die Mütze fehlt. Komm her, ruhig! Or else I shall... Yeah, yeah, I know. I told your friend here already. You got me, alright? You know what, though? I'm glad you guys caught me. Lucky even. Ein Glück? The way things are heading... I'm a dead man out on my own. They don't take too kindly to failure. They... Who are they? Who pulls your strings? Uh, I've said too much already. So you're gonna take me to jail or what? Yes, but... Look, you seem like a decent cop. Quit while you're ahead. Trust me. Wenn sie auf mit der Sache, solange sie noch können. Warum? No way. I'm not for all I know. They're already on their way. You guys should watch your backs too. Okay. Well, I could not have done it without you. You have my utmost gratitude. But... Now I can stop wondering about this ominous... They... What? It... Would appear... That the car taking our suspect back to the station... Has been attacked... Destroyed rather... Utterly from the sound of it... Could this be... They... Quatsch. It is settled then. I must unravel this mystery. I fear I now go down a path you cannot follow my friend. Go... With my thanks. Now... If you will... Ich habe sie zu den Tag. Die Musik hier so... Ding, ding... Ding, ding, ding... So, da haben wir eine Vending Machine. Iris Startup. Kann ich über die Straße laufen? Nein. Information Display. Äh... Wie komme ich noch rüber? Gibt es hier eine Ampel oder so? Hier steht einfach mitten drin eine Kiste rum. Ich kann Müll mit aufheben. Ach, hier! Ey, das ist ja wie bei... Dings! Detroit becomes human. Ich darf jetzt rüber gehen, wenn die Ampel grün ist, oder was? Traffic Sign stop. Ah, jetzt darf ich. And nice. Was passiert, wenn die rot wird und ich auf der Straße bin? Mein Gott. Mach die Wumpe. Wieso schmeißen denn so viele ihre Dosen auf den Boden? Wollen wir mal umrennen. Frühjahrsputz abgeschlossen. Nice. Oh mein Gott, hier liegen überall Dosen. Die kann ich doch nicht liegen lassen. Ich habe gerade die Hologram-Fotage von Jenna von den Sicherheitskameras zu deiner Legatis. Das sollte in deiner Untersuchung sein. Find uns gute Informationen. Iris Startup. Augenzeuge. Frau mit Eis. Ich muss immer die Dosen aufräumen. Geht ja nicht, ey. Information Display. Wie groß ist dieses Gebiet? Bitte. Wie groß ist dieses Gebiet? Alter! Ah, wie man nicht über Straße gehen darf Über Straße gehen darf, Junge Ich darf nicht bis zum Zebrastreifen Guten Tag Nehmen wir mal die Sieht stylischer aus Frage die Zivilisten Ja, mache ich gleich Ich will erstmal ein bisschen rumlaufen und alles sammeln Hier liegen zum Beispiel nochmal 50 Dosen rum Ich will nämlich die Punkte haben Ist gut, da ich ja Punkte verloren hab Weil ich einfach Zivilisten Unterstelle, sie wären schuldig Passt das ja ganz gut Achso, falsche Der kann das gar nicht Ja, ich hab die Katze auch gesehen Sie faucht mich an Ich kann damit nichts machen Ihr hasst mich Ich kann jetzt keine Frage beantworten Ich muss meine Katze einfangen Ich helfe ihnen Ich weiß, wo sie ist Eine Etage tiefer Ich krieg sie noch nicht zu fassen Sie müssen sich langsam nähern Sonst fühlt sie sich bedroht und rennt weg Ich hätte vielleicht noch einen Tipp für sie Vielleicht können sie sie ja mit einer leeren Dose ablenken Ich hoffe, ich hab jetzt noch Dosen Ach, die liegt eine zu finden Wie hab ich das nochmal geworfen Gacha Wir haben sie gefangen Das ging aber schnell Haben sie selbst Katzen? Jetzt wo das erledigt wäre Wollten sie mich nicht etwas fragen Ob ich von irgendwas Ungewöhnlichen weiß Was in der Gegend passiert ist Mal überlegen Er ist etwas weiter weg Aber kennen sie die Einkaufsgalerie? Die geschlossen wurde Wegen der vielen Portale? Dort schlängeln sich massenweise Seltsame Tentakel Die haben sich mal den Cousin meiner Freundin geschnappt Das sagt zumindest meine Freundin Aber ich verschwende wohl nur ihre Zeit Mit Großstadtmärchen Ich die Dose jetzt hier noch? Ne Bestimmt hat die ganze Stadt Katzen gefangen Ja, ich sehe alles Diese Frau, sie trägt eine Dunkelheit in sich Eine tiefe, unergründliche Dunkelheit Nur mächtige Magie kann sie bannen Gut, dass ich für meine Pracht Bestrelle Ratenzahlung anbiete Wie, sie sind gar keine Kunden? Was verschwenden sie da mal eine Zeit? Was sind denn Prachtkristalle? Wahrscheinlich die roten, oder? Die roten, fetten Kristalle Der vertickt die, oder was? Was ist das denn für ein Arsch? Entschuldigen Sie Könnten Sie mir helfen? Ich laufe schon seit Stunden hier herum Ich habe mich total verlaufen Könnten Sie mich an mein Ziel bringen? Klar Hier ist ein Bild Wissen Sie, wie man dort hinkommt? Ja 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 Finden wir bestimmt Ich meine nämlich, dass es da Nein Sagen Sie mir, wenn Sie das Bild nochmal brauchen Ja, aber ich glaube, das ist da Hier ist der Burgerladen Genau Hier möchten Sie hin Das ist es Der Ort auf dem Bild Kein Zweifel Ich danke Ihnen viermal Übrigens, ich weiß nicht, ob es mit Ihrem Fall zu tun hat Aber ich habe beim Herumen etwas Seltsames gesehen Ich weiß, es klingt verrückt Aber ich habe so komische Tentakel gesehen Dutzendus Ich bin da Fan Was? Fangangame Fangames habe ich gelesen Fangarme Die waren zum Fürchten Ich schwöre, die wollten mich packen Ich bin davon gerannt Soll ich mich auch verlaufen? Wo waren die schnell wieder? Ich bin in einem Gebäude voller Geschäfte Aber alle leer Okay Der hat uns die gleiche Info gegeben Also ne, er hat uns noch gesagt, wo die sind Aber ich glaube, das war jetzt irgendwie nicht important Sieh an, wen haben wir denn hier einen Bullen? Das trifft sich gut Ich hatte schon angefangen, mich zu langweilen Willst du denn? Du willst es also wissen, hm? Dein blödes Abzeichen schüttert mich nicht ein Du hältst dich für besonders zäh Wie du willst Ernsthaft Ihr wollt echt Stress mit mir Golfschläger Hallo, wieso krieg ich ihn nicht an? Wie sind? Trottel Schon gut, schon gut Ich rede ja schon Was jetzt? Wollen sie wissen, was wir hier machen? Hier ist nicht unser Standplatz Früher waren wir immer in der Arc Mall Die ist ja verlassen Also warum nicht? Ja, das Aber dann wurde es total seltsam dort Im Ende der Nacht kam eine Geisterfrau Für sowas habe ich keinen Nerv Lachen sie nur Gehen sie doch hin und schauen sie selbst nach Wenn sie so viel härter sind als ich Befunden, kaputter X-Stock Okay Natürlich kenne ich die Das ist doch die beste Sängerin aller Zeiten Jenna Aniston Jenna Jenna, wie? Was meinen sie damit? Das ist die große Sierra Lancaster Der durchdringende Blick Die modisch zerfetzten Klamotten Leben sie denn hinterm Mond? Warum sucht die Polizei überhaupt nach Sierra? Großverhandlung Egal, was sie ihr vorwerfen Sie ist unschuldig Ganz bestimmt Sperren sie die größte Sängerin in der Arche nicht ein Ohne ihre Stimme gehe ich zugrunde Lassen sie Sierra in Ruhe Bruder Ähm Bin ein bisschen verwirrt Alle greifen mich an Was ist denn mit denen kaputt? Ich gratte immer so eine Rage Wenn es um Sierra geht Bin schon wieder ruhig Eigentlich sieht die Sierra Überhaupt nicht ähnlich Äh, was soll ich ihnen sagen? Äh, ähm Die Arkmall ist ja geschlossen Das stand beruhigen Mein Freund sagt, dass dort nachts der Geist einer Frau umgeht So ein Quatsch Ich hätte ihn auch fangen können, ne? Wir haben doch schon genug mit den Aberrationen zu tun Brauchen wir auch noch Spuckgeschichten? Ah, ich hätte die bestimmt auch, äh Einfach fesseln können Mach ich beim nächsten Kommt bestimmt noch eine Boah, geiles Eis Nie gesehen Wann sie denn schon mal bei Restnass Den Eissalon mitten auf der Kreuzung Schmeckt super dort Okay Ja, die habe ich tatsächlich gesehen So eine Frau in Weiß Benahm sich verdächtig Wann war das wieder? Gestern Abend, glaube ich Okay Oh, Kiste Energie, du hast es Okay Halt, Stopp Schön mitnehmen den Müll Oh Ja, sie hat tatsächlich eine bestechende Aura Ich kenne sie leider nicht Ein Jammer Jemand mit solch einer Aura steht dem Mysterium des Okkulten sicher nah Vielleicht kennt sie die Geisterrüstung Die am blutroten Tor in der Einkaufsgalerie rumgeht Ach, könnte ich doch den Zahntenschleier unserer Welt zerreißen Mal überlegen Ja, ich habe Gerüchte über eine seltsame Frau in Weiß gehört Das könnte sie tatsächlich sein Sie soll zerrissene Kleider tragen und immer nachts erscheinen Ja, nichts Neues Äh Wem können wir denn hier noch reden? Erstmal können wir die Dosen in den Müll werfen Boah, das waren acht Dosen Der habe ich geredet, ne? Der habe ich nicht gesehen Haben sie von der Geisterrüstung gehört? Sie kommt ergeblich aus einem Tor und geht in ein verlassener Gebäude um Ich wusste, dass in Harmony Squares spooked ist Okay, mit der habe ich noch nicht geredet Aber haben wir jetzt Wo ist der? Ist spooked? Oh, das sind ja noch Oh, ne, das sind die Verprügelten Ich dachte schon, da liegen rot Opfer Opfers Ähm Und wenn ich nicht hurry Hier ist noch eine rote Mission Achso, spüre Jenna Das sind ja immer die Dosen her Erstmal die Dosen wegwerfen Mit dem Scheiß auf Jenna Ich habe gerade keine Zeit Ich muss Kisten holen Da liegen noch mehr Dosen Da liegen noch mehr Dosen Und hier auch Kinas Scheiß auf die Frau Ich muss die Stadt sauber halten Oh Gott, guck mal Hier war ich noch gar nicht Oh, jetzt runter Aber kann ich nicht Komm ich hier rüber? Oh, nee Will ich jetzt mit dir reden? Information Display Information Display Gott Musik rastet auch völlig aus Komm ich denn da? Die Frau in weiß Erfolg Ja, Moment Wir sind Mülldosen Und, Moment Ich werde ihr folgen Aber vorher Moment Ich darf da nicht mehr hin zurück Da liegt eine Dose Wenn da gleich steht Eine Dose nicht weggeworfen Rast dich aus Rast dich aus Ja, das war der Plan Das war der Plan Dass ich jetzt eh nach Jenna suche Ähm Okay Beschädigtes Funkgerät Oh, Kiste Das nimmt echt Zelda-Mars-Ausmaße an Mit den Rätseln Will da runter Will da runter So Wom kommt der noch Der Hammer, ne Also die Faust Wahrscheinlich Das wird wie ein Hammer sein Hauptsache Wir haben immer einen Getränkeautomaten am Start Dann kommt der Hund Der buddeln kann Die Schaufel also Was ist da so ein Eckding Voll sinnlos Was hatten wir noch Was war da noch bei Der große Schwert-Dude Von Daddy Weiß nicht was der kann Was ist das Das ist neu Äh Äh Halt, Stopp Äh, da war was Oh, Scheiße Erne, das ist hier weiter Macht das schon Jetzt wird's eklig Er hat aufgehört Zu analysieren Und das Ding Geht wieder runter Und das ist hier Und das ist hier Und das ist hier irgendwie ist ja und dann und am boden geglitscht das dauert überhaupt nicht lang ah ja mhm 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 so das hat schon aktiviert brauchte nichts machen okay cool ok Moment, da soll ich hin bisschen verwirrt gerade da komm ich her und da rüber oh, habt ihr das gesehen, wie ich das gerettet habe ich bin wieder der King was ist das denn da? Schwert ok kann ich noch nicht aber wir haben es schon mal gesehen schön also der fette Schwert Dude ist das ich verstehe nicht, warum sie manchmal nicht runterspringen kommst du? kommst du? ok, die Dinger tun wieder weh und jetzt muss ich hier kämpfen oder was, während die Dinger mir wehtun? ja 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 au mies, Mann warum warum sind die Dinger hier Kritsch-Schasen plus 200%. 200! 200! 200?! Was ist das denn für wert? What the fuck? Und erhöht das Tempo der Legion um 3%? Verbraucht aber 3 Slots. Okay. Hm. Warum sind hier überall die roten Dinger? Makes no sense, man. Ja. Display to my informations. Äh, kommt zurück. Au! Ach. Ja, danke. Habe ich auch verstanden. Ja. Oh. 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 War mit dem Controller. Ein bisschen Motions-Steuerung machen. So. Wo ist der andere? Es ist vorbei. Tja, ich hab' vorbeigehen. Oh. 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 Tut mir halt weh. Da geht's weiter. Geht's da lang? Irgendwo. Okay. Ja, ist gut. Versuch mir nicht weh zu tun, bitte. Iris, start up. Iris, start up. Was? Aya. 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 Information, Iris, shut down. Da hinten ist eine Kiste. Okay. Ist klar. Guck mal, wie der abgeht hier. Wie ein Zäpfchen. Moment, ich kann doch oben drauf. Was ist oben? Uff. Überhaupt nicht belastend, hier oben drauf zu sein. Eine Kiste. Ich raste aus. Ah, okay. Alles okay. So. Willst du noch mehr? Dennis. Fuck damn. Irgendwie erwarte ich jetzt wieder irgendeinen Special-Gegner, der gleich hier auftaucht. Oder so. Ach so, ihr könnt euer Schild machen, klar. In das Schwert sagen die aber nichts mehr, wa? Was ist hier drin, dass hier extra Gegner kommen mussten? Ein seltener Material-Code. Iris, start up. Iris, start it. Okay, jetzt kann ich hier theoretisch runter. Hab hier auch alles gesammelt. Okay, cool. Zack. Äh, nee, da lang soll ich. Ah, ah. Oh. Hä? Moment. Bin hart falsch gelaufen. Und lo- Nee, Moment, hier lang. Hallo Jena! Beresina Jetzt sind ein paar mehr Ich muss erstmal die Scheiße sammeln hier, warte Aua Komm zu mir Aua Komm zu mir Komm zu mir Erstmal sammeln, bevor ihr wieder irgendeine Katzein kommt, die mich wieder nicht sammeln müsst So Jetzt können wir reden Ähm Was machst du da? Ich kann noch mal ein bisschen pewpew Easy Oh, Märchenieren Wie bist du denn? Oh, chill, 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 chill Da hängt der Marsch Der Franzekabel Better pick-up-stock gehen Aua 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 Well, ich habe sie verloren. Sie ist nicht in da oder auf der Arche. Du bist besser zurück. Informationen auf Display. Kein Exit. Hier auch nicht. Okay.